Hey, wieso schaust du dauernd durch die Gegend rum? Weil mir langweilig ist. Dann nimm doch am Unterricht teil. Oha! So langweilig ist mir auch wieder nichts. Die Steigerung von langweilig ist langweilig, langweiliger und ihr Unterricht. Egal ob langweilig oder nicht langweilig, die Musik spielt dennoch hier vorne. Ich habe aber keine Zeit für schlechte Musik. Santi, du hast... Ah, 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 bitte nennen Sie mich nur noch 007. Null Ahnung, null Bock und ich brauche sieben Pausen. Also sowas Lustloses wie dich habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Wieso ist Ihre Frau etwa im Urlaub? Haha, ich lach mich tot. Ja, machen Sie schnell, dann sind wir alle glücklich. Ab und zu dem Tor!